Unternehmenskasse – eine scharfe Sache Eine scharfe Sache beschreibt in der Regel etwas Interessantes, Spannendes, oft auch revolutionär Neues. Oft wird damit auch etwas bezeichnet, auf das jeder scharf ist, das heißt unbedingt will und braucht. Die Unternehmenskasse ist nichts Neues, sondern etwas vor allem in Großunternehmen seit vielen Jahrzehnten äußerst Bekanntes und viel Genutztes. Sie ist aber durchaus revolutionär und in Zeiten von Basel II und III souverestriktiver Kreditpolitik einerseits und dem Fachkräftemangel andererseits mehr als spannend und interessant und vor allem für jeden Unternehmer begehrenswert. Sie hat im Wesentlichen einen Doppelnutzen – Bankenunabhängigkeit und Bildung von Liquiditätsreserven einerseits und Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung andererseits. Die Effekte sind gewaltig. So ist es beispielsweise möglich, in einem 20-Mann-Unternehmen je nach individueller Ausgestaltung innerhalb von zehn Jahren 250.000 bis 350.000 Euro freie zusätzliche Liquidität zu generieren. Durchschnittlich 1.500 Euro pro Jahr und Mitarbeiter – das ist gewaltig. Wachstumsfinanzierung, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung für weiteres Wachstum und viele weitere strategisch wichtige Effekte werden damit erzielt. Viele, leider nicht alle Unternehmen, sind für dieses bewährte betriebswirtschaftliche Modell prädestiniert. Die Ampeln stehen auf grün. VELS ist seit vielen Jahren auf die individuelle, maßgeschneiderte und rechtssichere Ausgestaltung und Administration der Unternehmenskasse spezialisiert und ist hier für eine Vielzahl von Unternehmen und Konzernen tätig. Fordern Sie Ihre individuelle Potenzialanalyse an und lassen Sie sich Ihren persönlichen Nutzen und Möglichkeiten vorstellen. Unsere Berater finden mit Ihnen immer das entsprechende, passende und individuell höchst effiziente Konzept. Nutzen Sie diese Gelegenheit und lassen Sie sich die Liquiditätswirkungen, die erfahrungsgemäß in den ersten zehn Jahren bereits zwischen 25.000 Euro und 35.000 Euro im Mitarbeiter liegen, und überzeugen Sie sich von der Mitarbeiterbindung und den Vorteilen in der Mitarbeitergewinnung. Das ist die Möglichkeit der Gewinnung. Das ist die Möglichkeit der Gewinnung.